Hier sticht ihnen ein Bauwerk sofort ins Auge, ein Turm aus rotem Rohbackstein. Das ist der Löwenturm, er gilt als eines der bedeutendsten baulichen Zeugnisse aus Münchens Frühzeit. Die meisten Münchner vermuten, er sei ein Überbleibsel der Stadtmauer, aber das ist ein Irrtum. Zwar gab es im mittelalterlichen Mauerring etliche Tor- und Flankentürme, doch der Löwenturm entstand erst im 15. Jahrhundert im Stadtinneren. Was hat er mit einem Löwen zu tun? Name, Ursprung und Nutzung geben Rätsel auf. Als Raubtierzwinger dürfte er am allerwenigsten gedient haben. Der Löwe an sich symbolisiert Macht und Stärke und ist Wappentier der Wittelsbacher, die ab 1180 das Herzogtum Bayern regiert haben. Erbauen lassen hat den Turm nicht die Obrigkeit, sondern vermutlich die Münchner Patrizierfamilie Pötschner. Sie soll das Bauwerk über dem inzwischen trockengelegten Stadtgrabenbach als Wasserturm genutzt haben. Der Turm mit seinen neugotischen Zinnen ist 23 Meter hoch und in sieben Stockwerke unterteilt. Weil er über keine Türen und kein Treppenhaus verfügt, war der Zugang zu den Geschossen früher nur von den benachbarten Gebäuden aus möglich. Im Zweiten Weltkrieg haben Bomben den Baukomplex rings um den Turm zerstört. Anlässlich archäologischer Untersuchungen sind Wissenschaftler über ein Baugerüst in die Etagen geschlüpft. Für die Öffentlichkeit bleibt das Innere unzugänglich. Eigentlich schade, wo doch ein neugotisches Kreuzrippengewölbe und auch 500 Jahre alte Wandmalereien mit Adlern, Bäumen und Schriftzeichen erhalten sind. In drei Geschossen finden sich sogar humoristische Wandmalereien zum Thema Wein, Weib und Gesang. Typisch für die damaligen Besitzer. Um 1900 gehörte der Turm einem Wirts-Ehepaar. Das war's für die damaligen Besitzer.